es kommt von hinten auch noch eins oder wie nach links ok ja ich kämpfe schläufe mich hier durch ja tolles wasser hallöchen ihr deppen wir spielen eine runde verstecken hier was nach links ja kann man das füge überhaupt töten wohl eigentlich schon weil ich sollte ja rüber jetzt komm her du hässliche furie scheiße ist irgendwie abgeprallt oder so tja da muss halt eine kamikaze aktion hier stattfinden schneller die waffe schießt auch jetzt ein bisschen schneller wie im vorgänger habe ich das gefühl so wo ist das vieh wo schwimmt es rum das so jetzt wird mal ein bisschen bisschen weiter da hinten ist ok schnell 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 oh guck das ist zurückgekommen sogar und weiter geht's ja explodier halt einfach mal so keep out aber ich geh jetzt rein ist mir egal biohazard hier zu hat Hallöchen. Was geht denn da ab? Boah, die Kugeln fliegen und die auch so komisch. Voll cool und die. So. Ich hoffe, der Typ kann auch nicht sterben. Nicht, dass wir wegen dem 500 Mal neu anfangen müssen. Und, schwimmt dann die Furie rum? Nö. Wow. Was kommt da jetzt? Ja, komm mal zu mir. Warum denn auch nicht? Wow. Pam. So, Inspektion. Absolut hässlich, das Viech. Aber mal so richtig derbe. So, da hinten liegt was. Nein, leider nicht. Ja, ich bin gerade ein bisschen voll mit den Zielen, aber ist doch egal. Oh, scheiße. Na, warum treffe ich nicht? Oh, ich hab Eelgranaten gehört. Oh, ich hab ja auch schon Eelgranaten. Bam. Da sind schon ein paar gute Verbesserungen mit drin im Spiel. Ich finde auch, die Bullseye, die streut auch nicht mehr so übel. Ja, was bist denn du für ein Fetter? Ja, meine Waffe. Ja, meine Waffe. Nütz. Geh weg. Wow. Ouch. Ouch. Ja, hallo, fein, hallo. So, ist da unten noch jemand oder oben? Ah, da steht ja einer. So, ganz langsam mal. Ja, hallo. Hallo, ich treffe nicht. Jetzt, ey. So, ein bisschen warten und... So, jetzt nur noch das fette Viech da. Und keine Granaten und gar nichts. Verdammt. Außer Igelgranaten. Hallöchen, Depp. Okay. Alles klar. Gefahr gewandt. Oder auch nicht. Ja, ha, ha. Woher kommst du, Säckel? Nein. Oh, ich bin so dumm, Mann. Körper muss ich herholen. Ja, ich weiß. Von meiner Dummheit. Weil ich immer die falschen Tasten drücke. Boah. Hier oben waren ja auch lauter Kameraden. Das ist noch ein bisschen Muni, Granaten und so. Wäre ganz nett. Das sieht aber nicht so aus. Bäh. Das sieht ja noch hässlicher. Mh. Jam, jam, jam. Gruppen kuscheln. Pam. 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 So. Nathan, sehen Sie die Waffe da unten? Das ist eine Serpa MP47 Impulskanone. Sie ist unser einziger Schutz gegen den Kraken. Was? Wo? Ah, das fette Viech, oder? Wo geht's runter? Ist ja einfach runterspringen, oder gibt's auch eine Leiter? Ich würde eigentlich eine Leiter bevorzugen. Damit ich auch weiß, dass ich wieder hochkomme. Hm, ja, springen wir halt ins kalte, nicht vorhandene Wasser. Hallo? Ja. Zu fett. Impulskanone. Lassen wir mal die hier liegen. Moment, die Schalltafel für diese Tür ist hier oben. Ist das die Waffe, die gerade so gepiepst hat, oder? Okay, die Tür geht, glaube ich, nicht auf. Ah. So, mein Kraken, komm her. Und hier liegen noch mehr von den Waffen. Ich denke mal, gleich kommt das Drecksviech. Hallo? Da? Warum schlägt das Wasser, ey? Au, wa, au, 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 au. Und, pam, und. Ja. Das hat mich mal kurz mit seinem Gestank umgehocht. Ja, hab nicht gewusst, dass es so stinkt. Oh, das finde ich, muss ich mal aufladen. Nein, gegen die Küste, verdammt. Aua. So, Waffe geladen und, wa, au, au, au. So. Nathan, der Aufzug ist hier oben. Was, hier oben? Hier sind Furien. Ist soll ich hier durchschwimmen, oder was? Ah, das ist ja nur ein kleines Stückchen. Huah. Ah, 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 ah. Geh hoch, geh hoch. Ah, ja. Toll. Ich hab's doch irgendwie gewusst. Oh, oh, oh. Ei, 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 ei. Das wird ja noch ein heiteres Vergnügen hier, gell? Ähm, das Viech ist. Ups, reicht das? Scheiße. Kann ich das wieder aufladen, den Schuss? Verdammt. Geh hoch, geh hoch. Vielen Dank.